Diesmal klappt's. Vielleicht bekommen wir diesmal den Schlüssel. Ich hab ihn auch bei Sea of Thieves Insider nicht gefunden. Ich weiß auch nicht, hab's nie geschafft. Ah ja, da vorne sind schon diese Plays. Ich bin rechts, aber hab's nicht mehr. So, ich fahr ein bisschen nach links, dass du besser schießen kannst. Wenn ich was will. Ja, Herrgott, ich will doch nur. Zack, ich bin im Wasser. Ist da immer ein Wagen gegen mich? Ja, schlimm, schlimm. Oh, das macht die unten gleich hoch. Hahaha. Da ist ein Hinweis. Hinweis gefunden. Und eine Küche mit Tee. Juhu. Papp gefuckt, aber derwe. Willkommen heute im Sonntags-Stream. Servus, wie geht's dir? Alles gut bei dir? Ich spreche gerade mit dem Papp gefuckt. Nee, was du hier hinten machst. Was denn? Du musst ja wieder fragen. Achso, äh, ich hab grad die Dings geholt. Den Hinweis geholt. So, äh, was müssen wir denn machen? Ich habe Sean davon überzeugt, dass sich Cutlass K auf dem Rücken einer riesigen Schildkröte befindet. Und jetzt wird er tauchen gehen, wenn wir dran vorbeifahren. Ich bin so winzig. Ich bin so winzig. Ich bin so winzig. Kann das Schiff unten nicht brennen. Nein, wenn du Wasser drinnen hast und was auf dem Rücken stehen, kann da unten nicht brennen. Na, ich lege mir gleich was unter meine Mauer. Damit das nicht so fürchterlich anhört. Hahaha. Aber das ist ja nicht mehr so, dass ich schon mal weg bin. Ähm, was haben wir schon mal? So, Supplies sind schon alle fast weg. Also, nix gescheites mehr da. Ja, alles gut. Pappgefuckt, alles gut. Endlich Wochenende. Endlich Sea of Thieves. Ähm, Cutlass K. Norden. Ups. Norden. So. Da müssen wir noch Norden. Ja, wir müssen die Strecke fahren und dann so Richtung Cutlass K rein. Ja, genau. So den Bogen fahren. Über, weißt du, dass du so halt, so. Da schlenke ich ihn nach oben was. Ja gut, aber wir müssen ja sowieso noch Cutlass K. Ja, aber dann bist du jetzt ein bisschen weit. Dann musstest du nur Norden. Norden, oder? Okay, noch Cutlass K. Geht's nach Norden? Ja. Nord-Nordwesten. Ja. Ist ein bisschen dazwischen. Oder ist das die Insel schon? Ja doch, das ist die Insel schon, ne? Ja. Nordwesten. Nix. Das Wasser sieht so gut aus. Auf jeden Fall, hab ich gefuckt. So geil, echt. Ja, ich hab das echt ernsthaft noch nicht gehabt. Was denn? Äh, AMG. Die... Okay, die fehlt ja an der Hand. Äh, nee. Ich hab ne Sehnenentzündung. Die fehlt keine Hand. Hände hab ich noch, aber ich hab halt ne Sehnenentzündung. Hahaha. Fiel dir keine Hand. Okay. So. Ja, so alleine die Stimmung mit diesem Wellengang, die ist halt immer noch so mega geil. Das haben's so gut macht. Das macht immer noch Spaß. Das kommt der Flameheart. Ja, der soll ja die Winger auch machen. Äh, den brauchen wir jetzt für nicht. Und hört ne Mermaid. Mit dem Wasser. Oh, du Nase. Was? Ne, steinerne Mermaid. In die Hände. Boah. Was ist denn da für eine? Äh, das ist doch ein Fragen am Fragen an der Hand. Ach so. Ach da. Was hast du denn da? Was hast du denn da? Oh nein, schon wieder. Ja. Ja, ich kann mein Y-Ramila kippen. Ich hab' mir in Ruhe. Ja, ich hab' mir eben einen Kristall geholt. Ach so, ja, dafür die Hand. Es ist Sonntagfond. Ja. Hast du jetzt noch was gefunden? Nein. Nur eine Dings. Eine, äh... Aua, ich brenne. Eine Dings. Aua. Eine Mermaid. Da ist nämlich was. Da leuchtet was. Aber das ist normal. Nein, warte mal. Da war ein Tipp drin. Clue in the Bottle. Ah. Nein. Hinweis gefunden. Ja, hab' ich grad auch verstanden. Oh. Gut, der letzte wurde alles so wie im Jahr. So. Was haben wir denn hier drinnen? Ein Schniedel. Ein Schniedel? Was? Ha 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 ha. 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 Ich hab' ihr hinterhau'n. Ich glaub' ihr habt sie falsch verstanden. Ha 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 ha. Ha ha ha. Das ist ja genauso Lucy, als ich mit zwei unterwegs bin. Ha 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 ha. Ha 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 ha. Ich hab' meine Taste. Ja, winken. Zeig' mir mal. Ja, da. Ich hab' nur eine. Ich hab' nur eine. Ich hab' nur eine Hand. Eine Hand. Hallo. So, ich, äh... Gib' mal Gas. Äh... Okay. Hoppala. Meine Schuld. Ich hab' ja vorher noch einmal der Schiff. Ja. Wär' gut. Du Furcht. Ey, ey. Ich hab' das Schiff kaputt, ey. Ja, ist schlimm echt. Oh ne. 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 Oh nein, ich muss weg, ich muss weg. Die explodiert. Neues. Aber hatten wir nie noch ein Loch? Ich hab' es nicht. Nicht Piraten, sondern Cowards. So. Feiglinge. Ich benutze mein Greenscreen mittlerweile häufiger für die Videokonferenzen als für Streamen. Lol. Ist ja auch geil. Ich glaube, wir hatten nur ein Loch. Falls du doch mehr was knacken hast, nicht wirst du noch mal so hoch. Okay. Ich schau' mir vielleicht noch irgendwas da. Schau' mir keinen Loch rein, ey. Aber pappgefuckt, ähm... Du kannst ja bei Teams, kannst ja echt coole Hintergründe mittlerweile eingeben. Und das klappt eigentlich ziemlich gut, auch ohne Greenscreen, finde ich. Zumindest war's in letzter Zeit so. Du hast immer nur noch so ein bisschen so einen schlechten Ausschnitt beim Haar und so. Aber es ist noch okay. So, jetzt bin ich kurz FG. Jo, alles klar. Bleib mal hier hin, okay? Nordwesten. Da. Wir sind etwas zu schnell. Aber es macht nichts, wir sind richtig so. Gleich scheppert's wieder. Bin ich da? Ich dachte, du bist da. Ich höre dich doch. Aber es scheppert doch nicht. Hast du Wein gemacht? Ja, ist schön, gell? So. Wunderbar. Ihr benutzt Teams in der Arbeit, nicht? Wir benutzen Verabee. Das kenne ich gar nicht. Ich verwende da einfach OBS. Das hat mittlerweile eine virtuelle Kamera ohne Plugin. Geil. Ist auch geil. Ich wusste gar nicht, dass es geht. Dass du dich per OBS irgendwo einloggen kannst. In Vico. Witzig. Das heißt, du benutzt OBS nur für den für den Video-Chat. Aber die Voice-Funktion hast du über Diverabee. Da ist schon wieder eine Stein-Eine-Mermaid. Das ist eine Teekiste. Ach, die brauchen wir gar nicht. Hier ist Clou in der Bottle. Schon wieder was gefunden. Was ist das? Flaschenpast. Brauchen wir nicht. Der Käpt'n hat mich auf dem Kieker, nur weil ich seinen dummen Punch-Tieber gegessen habe. Was soll's. Ich fange so einen, wenn wir an Booty Isle vorbeifahren. Okay. Geil. Das ist auch eine gute Idee, Pupp gefuckt. Das geht bei uns gar nicht. Wir haben so Standard-Software und haben da gar nicht die Rechte, dass wir irgendwie OBS installieren dürfen. So, ich glaube, ich muss wieder nach Westen. So war zumindest die Richtung grob. In OBS starte ich die virtuelle Kamera und dann kann ich in der Konferenz als Kamera OBS... Dann kannst du das als Quelle nutzen. OBS Virtual Cam. Cool. Ja, dann kannst du echt das ja alles in OBS regeln. Ich glaube, das würde mir Laptop gar nicht packen, dass OBS in der Vico ist und noch über die Videokonferenz-Software und noch PowerPoint und Excel und den ganzen Scheiß, der da geöffnet ist. Ich glaube, der würde dann streiken irgendwann. So, Süden, da. Das ist Booty Isle. Booty Isle musste ich ja, stand da. Genau, Booty Isle. Aber da steht, wenn wir an Booty Isle vorbeifahren, nicht, dass wir da dort einen halten, dann müsste ja irgendwo, entweder das ist aber schon vorbeigefahren oder es müsste irgendwo hier Dings sein. Müssten Möwen zu sehen sein. Oh nein, Lydia ist weg. Ich dachte, sie geht bloß ganz kurz weg. Kurz AFK. Ich fahre mal nach Booty Isle. Booty Isle. Ich mache Videokonferenzen über meinen Gaming-Rechner. Echt, das geht, wenn ich ganz normal auf dem Laptop arbeite. Diese Vico über den Browser brauchen unter Linux einfach zu viel CPU. Unter Windows geht das. Ja, stimmt. Fettbrunntol. Fettbrunntol. Das ist ja witzig. Was ist denn das hier, Flo? Ist das ein Standard-Emoji? So, wir sind bei Booty Isle. Passt. Mal gucken, wo der Hinweis ist. Berühmtheitstufe 7. Nice. Dö, 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 dö. So, jetzt müsste jetzt irgendwo hier ist die Flaschenpost. Die brauchen wir. Clou in a Bottle. Kiste mit Feindzucker. Teams reichen mir völlig. Sind die Emotes von Erkan und Stefan echt? Die streamen auch? Witzig. Ich glaube, der Stefan streamt, gell? Den habe ich mal letztens gesehen, dass der jetzt streamt mittlerweile. Der SPD-Stefan. Der ist bei uns ja politisch aktiv in der Gegend. Oh, da kommt eine Skelettgalli. Aber ist wurscht. Na gut, ich habe einen Felsen geschrammt und Bretter habe ich ja auch vergessen einzuladen. Was soll's? Volle Kraft voraus zum Ziel. Das heißt, Volle Kraft voraus heißt Ach, da sieht man ja, was wir alles geholt haben. Volle Kraft voraus heißt nach Nordwesten. Yo. Da. Nach Nordwesten hoch. Okay. Dann schauen wir wieder mal. Gibt's sonst noch irgendwas? Nö. Dann nach Nordwesten. Ciao, ciao. Ketter vom Erkan. Was? Handtuch vom Stefan. Ach, das ist Handtuch. Ach so, witzig. Das ist ja geil. Jetzt erkenne ich es auch wieder. Stimmt, das Handtuch vom Stefan. Und die Kette vom Erkan. Ja, geil. Beide abwechselnd. Ne, der SPD-Florian. Genau. Also, nur der, oder? Der Erkan streamt gar nicht. Stefan Lust ist ja eine Kunstfigur. Genau, genau. Wie ist der gleich wieder der Stefan, der mit richtigen Namen Florian Irgendwie. Erkart Maria Mosleitner ist auch eine Kunstfigur. Ja, genau. Erkart Maria Mosleitner. Wie man auf so einen Namen vor allem erstmal kommt. Echt geil. Wer ist der denn? Florian noch irgendwie. Florian. Also, der Stefan heißt irgendwie Florian noch irgendwie. Ich weiß echt nicht mehr, wie der heißt. Da. Da ist was. Das könnte es sein. Links. Florian Simbeck, genau. Der Simbeck Florian. Das ist es. Soviel zum Thema Volllegkraft voraus. Ist ja gleich am Eck. Ich bin wieder. Hi, welcome back. Du bist rausgeflogen bei mir. Wie, ich bin wieder rausgeflogen? Bei Sea of Thieves. Bist du rausgeflogen? Ich kann das auch gerade nicht machen. Irgendwie habe ich gehört. Mein... Ich bin jetzt. Ich mache das auch gerade nicht mehr. Doch hier. Dann starten wir am besten das Ding neu, oder? Sea of Thieves. Ja, wenn man sich wieder beruhigt hat hier. Ja, genau. So, das sind irgendwie zu wenig Vögel hier. Ich glaube, das ist nichts. Oder doch. Ich habe das Schiff gefunden. Ja. Und wir haben wieder keinen Schlüssel. Hast du noch keinen Schlüssel? Nee. Dabei haben wir alle Hinweise abgegrast. Verstehe ich nicht. Ach, ich bin da. Schießpulver. Ach, der hat mich jetzt komplett rausgeflogen. Ach, Streamlabs. Oh nein. Nein. Dann mag er wohl keinen Streamlabs. Ja, notfalls mal alles neu starten. Okay, ich glaube, ich bin hier an einem zufälligen anderen Frack. Weil hier ist nämlich kein Skelett. Nö, hier ist kein Skelett. Tut er sich jetzt mal was oder nicht? Die Verbindung wird wieder hergestellt. Ich glaube, das kann ich vergessen. Die Verbindung wird wieder hergestellt. Na gut, dann. Das Film jetzt bitte enden. Ja? Mhm. Ach, das ist ja schon das richtige Schiff. Hier fehlt nämlich der Schlüssel. Oh, ist da viel Zeug drin. Ich will da rein. Aber wieso ist der Schlüssel nicht da? Na, er müsste eigentlich entweder mit auf dem Meer sein, wo man es lösen müssen. Wir müssen echt die Strecke vielleicht mal abfahren. So, die Inseln, die links und rechts jeweils sind von der Strecke. Aber wo könnte da ein Schlüssel sein? Ja, entweder ein von den Inseln, die auf der Strecke sind. Ja, entweder ein Wasser, ein Blutwitz. Hm. Hm. Hm, doof. Ich dachte, die hier irgendwas hat.